Ja, ich bin Marco, ich bin der Sänger bei Mama George. Ich traue schwarze Sachen, spiele Mundharmonika und bin unbasiert heute. Ich bin Michael, spiele bei Mama George die Akustik-Gitarre und auch hin und wieder die Elektro-Gitarre. Ich bin Friedemann und ich spiele Schlagzeug. Ja, mein Name ist Ralf. Ich spiele bei Mama George eines dieser vielen Instrumente, aber vor allem die Geige. Carsten, die Bass-Gitarre, aber natürlich nicht nur die Bass-Gitarre. Ein wenig spiele ich auch noch die Mandoline, ich glaube bei einem Titel sogar die Gitarre. Und ab und an singe ich im Background. Ich weiß ja auch nicht, seit wann ich schon dabei bin. Eigentlich von Anfang an, aber frag mich keiner, wann wir uns eigentlich gegründet haben. Ende der 90er Jahre als Spaß-Zusammenfindung von Freunden. Man stellt die Frage, was macht ihr für Musik? Alles mögliche. Aus jedem Dorf und Köter, wenn man so will. So sind wir ja auch. Wir sind ja auch aus jedem Dorf und Köter. Es ist ein Mischmasch aus sämtlichen Musikstilen. Rock and Roll and Blues and Cowboy Musik. Wir sind eine Cover-Band, könnte man sagen. Also so ist im Grunde genommen eigentlich von allem was dabei. Wir versuchen allerdings die Titel nicht nur zu covern oder nicht nur original nachzuspielen, sondern eine eigene Version daraus zu machen. Wir nehmen uns diese Musik und nehmen sie erstmal auseinander in ihre Einzelteile, stellen Kadenzen um, mischen Harmonien, Shake It Baby und staunen manchmal selber, was am Ende rauskommt. Musik 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 Rockmusik ist Freiheit. Und in einer Band zu spielen ist wundervolle Freiheit. Schnitt.